Die Bildqualität Bei der Bildqualität zeigt die Pentax K5 II, dass auch APS-C Kameras bei höheren ISO-Werten überzeugen können. Bis ISO 800 ist kein Bildrauschen sichtbar und die Detailwiedergabe liegt auf einem sehr hohen Niveau. Bei ISO 1600 und 3200 kann ein erstes leichtes Bildgrieseln wahrgenommen werden, das sich aber immer noch sehr dezent zurückhält. Ab ISO 6400 fällt die Bildqualität sichtbar ab. Feine Details werden nur noch schlecht aufgelöst. Wer etwas mehr Bildrauschen in Kauf nimmt, kann aber auch mit dieser Sensorempfindlichkeit noch gut auskommen. Über ISO 6400 sind die Bilder nur noch eingeschränkt nutzbar. Wirklich unbrauchbar ist aber erst ein ISO-Wert von 25600. Bei weniger Licht fällt die Bildqualität deutlich früher ab. Aber auch hier kann die Pentax K5 II noch länger mit einer guten Detailwiedergabe überzeugen. Erst bei ISO 3200 werden Details nicht mehr gut aufgelöst. Bei ISO 6400 überlagert ein stärkeres Bildrauschen die Texturen. Einen interaktiven Vergleich der hier gezeigten Bildausschnitte finden Sie auf dkamera.de. In diesem Bildqualitätsvergleich haben Sie die Möglichkeit, die gezeigten Bildausschnitte interaktiv zu vergleichen. Hier können Sie die Vergleichskameras festlegen, sofern vorhanden ein Objektiv wählen und die Bilder in verschiedenen Situationen vergleichen. Dazu zählen die Lichtverhältnisse, Tag, Nacht oder Blitz, das Bildformat JPEG oder wenn vorhanden RAW, sowie die ISO-Empfindlichkeit. Neben verschiedenen Kameramodellen können Sie dabei auch ein bestimmtes Modell mit unterschiedlichen Einstellungen vergleichen. In diesem Beispiel zeigen wir die Ausschnitte einer Kamera bei ISO 800 und ISO 6400. Im zweiten Vergleich stellen wir die Aufnahmen bei Tag und Nacht gegenüber.